Einen wunderschönen guten Tag Wir spielen wieder eine Runde LoL Und wie angekündigt Diesmal mit einem Kumpel Ne? Ja Carry meint einen Booster Den er gekauft hat Die letzten beiden Spiele waren ja eher so mittelmäßig Ein Lucian Game Das war Katastrophe Und ein Vayne Game Das ging so War eigentlich nicht viel gemacht LoL, der heißt Billy Talent Die Lulu Oh, nicht schlecht Ja Das ist, was mich stört Dass der Timo spielt Ja, der war Diamond Der war Diamond und Level 7 Timo Also irgendwas muss er Ich muss ja leider sagen, dass das nicht Aber endlich spiele ich mal nicht gegen Morgana Sondern mit Morgana Ich habe mich in den letzten Placements Ich habe mich immer beschwert, dass die Hitbox so dumm ist Und der ist erstmal AFK Hat er nicht sogar gepinkt, er möchte irgendwo hingehen noch? Ne, war Morgana bei das Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, läuft Ich schätze mal, auf der Botlane wird nicht viel passieren Ja, aber nur mal im Ernst, ne Ja, er wurde mindestens eine Sekunde verzögert gemacht, den Coup Ja, aber es ist echt so Minions have spawned Naja, passiert Also ist ein Flash raus Ist doch Der Zed, Junge, der lässt sich da gar nicht reinreden Ja, ist aber auch so Hauptsache immer wieder irgendjemand die Schuld zuschieben Das hat die letzte Morgana, als ich Bang gespielt hat, auch versucht Das war auch nicht, hat auch nicht geklappt Das war kackend groß Also es ist zu viel Druck Einfach zu viel Druck Und die pushen da jetzt schon rein, das gefällt mir überhaupt nicht Obwohl das gefällt mir sehr gut Geil, Skowatio Ja, wenn die dann jetzt dabei sind, ist natürlich scheiße, ne Haben die ja jetzt natürlich selber Weiter, weiter Attack Ja, ich geh schon noch zu drauf War halt richtig dumm, ne Also ich sag auch immer Also hab auch immer in den letzten Games gesagt Dass ich sie relativ passiv spielen werde Und einfach darauf achte, als AD Carry so möglichst viel Farm zu kriegen Was ich eigentlich sonst nie mache Also schon versuche Aber nicht wirklich durchkriege Weil ich immer meine, dass ich zu irgendwelchen Lanes hinlaufen muss Wo dann nichts stattfindet Und ich dann einfach Minions Ich hatte in den letzten beiden Games heute Oder drei Games unerwartet viele Farben Immer über 300, 200 Farben Und die sind aber vor allem Irgendwann geht ja keiner um 50 mit Outfarm Jetzt müssen wir die Scheiße reinpushen Skarner, Flash Skarner? Ist ja bei dir gewesen Ja, ist klar Wenn du unten gankst Dann will der natürlich dann einfach fahren Ja klar, der hat also Flash gewastet Unser Timo reagiert leider nicht Aber ich muss doch weiter Der schläft doch, Mann Ist doch traurig Unten werden die jetzt viele Minions Im Dings-Game Power Wo ich aber letztes Game habe ich gegen Timo gespielt Diese Pilze im Late-Game sind schon echt Ja, im Late-Game sind die Levels Ja, im Late-Game sind die Levels Das bleibt ja einfach so Oh, oh, oh Wenn die natürlich wieder ihren Kuh nicht treffen Die Win-Conditioner Ich habe gerade keinen Ja, wenn du da rumgehst, habe ich sie gar nicht Oh mein Gott, die läuft einfach weiter Ich war doch Ich habe noch eine gute Seite an ihrem Deck Ohne Witz Und die letzten Jungler waren so passiv eigentlich auf der Bot-Lane Also da kam ich gar nichts Von beiden Seiten, aber Seit diesem Neuenbrich habe ich angefangen Mehr zu texen auf Lanes Aber bei mir hilfreich Aber mir klappt das halt gut Die Wolf geht auch noch in Tower rein Herrlich Das sieht doch schon mal gut aus Was bist du gekommen nach dein Platt 3 oder was war das dann? Nein, ich bin ja Ich habe ja in der Preseason noch ein bisschen einen Drop gemacht Auf Platt 2, Platt 3 Und jetzt bin ich halt Platt 3 rausgekommen Jetzt bin ich Platt 4 glaube ich mit 50 Punkten Nach 1, 1, 1 lose 56 Punkte oder so Ich finde es ganz lustig Also wenn wir im Endeffekt Diamond 5 ist oder 4 Beziehungsweise 4 halt Machen wir ja wieder nichts Dann spielen wir wieder nur noch um nichts zu decayen Macht keinen Spaß Na vielleicht Vielleicht geht das ja auch dieses Jahr ein bisschen Das würde ich nämlich hier anfangen zu spawnen Oder hier So Letztes würde ich die U-Lane hier einfach halten Und gucken was passiert Oh my god Die Morgana ist nicht gut Weiß nicht warum sie nicht einfach Richtung Tower gelaufen ist Und so ein stumpfes Ding bleibt Heal ist raus unten Und so ein stumpfes Ding bleibt Aber die wissen schon was ich komme Oder wissen ich Ich weiß es nicht Die Morgana hat kein Flash ab Dauert noch Lulu hat wieder Flash ab Oh Leute hä Ich bin wenig vieler hat die Flasht Ich bin mal ganz ehrlich Ja ist Aber glaube ich genau ausgerechnet Ist doch scheißegal Jetzt hat sie wieder geflasht Und ist trotzdem tot Das ist das Schlimmste was passieren kann Wieso ist mein Flasht nicht so lange auf Ach ich hab mittlerweile erst geflasht Okay er gibt es dann er gibt Vielleicht hab ich ja von uns trotzdem geflasht Ah jetzt soll man das grüßen Ja ja Ich hab hier Leute geflasht Ich hab hier Leute geflasht Die sollten noch mehr Glossonen bestehen Wenn ich jetzt so einen Mist vergesst Weißte Ich weiß es nicht Da ist das recht gut Wie sieht es sonst so global aus Timo Joa 20 km mehr Mittelfeld gekillt gerade Nice Was ich aber auch schon wieder gemerkt hab Dass die sich halt auch wieder alle tilten lassen Bis zum geht nicht mehr Na weil neue Season Da wird jeder äh So gut geht wie möglich Das ist das Zilt vorprogrammiert Meine Fresse ey Und ja ich schon wieder Bulli ne Juri Ich find das schön dass sie hier die Ansagen macht Ich will da nicht rein Cool Puste ich wieder und mache Die Pusht auch von selber Oh, der war knallt. Hey, ist unser Mann. Macht's wieder. Oh. Ah, shit, ey. Diese Schilde von Lulu sind aber auch irgendwie wieder krasser als früher. Ich finde, das kleine Silencer hat behindert da, wenn sie da dann einfach wandelt. Also, wir hatten hier gerade so viel, wir hatten auch scheiß, äh, was ergehen soll. Hey, hat... LOL. Das QZM aufgehört, das war mag. Ja, hast du das gerade gesehen? What? Es sah so gut aus, es sah so gut aus. Ich dachte so, lol, wieso bleibt sie einfach stehen? Bitte jetzt nicht auch noch ein Kräger geben. Sie hat kein Flash, kein Nier. Ulti ist auch raus. Alter, die ist so dumm. Warum bleibt die da stehen? Alles bad. Du jukest. Danke. Richtig Kill sogar noch. Ich kann mal ein paar Platten holen. Eigentlich wollen wir tracken machen. Ich habe vier Ponds festgestellt mit einem Maid, das einfach Platten einfach in die Hölle sind. Das ist einfach mehr over-extend, denn je solche Platten. Ja, stimmt. Guck mal, für mich gibt es die gerade wieder. Da ist die Glacke, ob man findet jeder viel, viel mehr. Jetzt habe ich gerade 320 Gold gekriegt. So sage ich nicht nee zu. Und die Minion Wave ist auch weg. Und ich bin auch weg. Nice. Das sieht ja recht gut aus. Also schon nach dem ersten Game, nach dem ersten Placement Game, schon wieder die Angst, dass das Horror wird. Dass nur Horror Games kommen. Na, ich hätte ja über sie mal über nichts gekriegt. Das ist nicht so, ich habe mir was alles gechillt. Was macht sie denn? Hallo? Na, sie wird mehr Pflanze drübergekommen. Ah, ich sehe schon. Lass es machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Aber die müsste die Lulu haben. Wozu sie getreten, eben. Ah, Lulu, Alter. Ey. Oh mein. Also sie hätte halt Double-Killer haben können. Lulu einen Outtack jetzt noch machen können, während des Laufens. Ein bisschen kiten. Ey, sie hat mich halt geside... Ge-ge-ge-ge- Und dann ist sie weggelaufen von mir und dann war das nächste Target Kaiser. Und dann ist sie auch fast gestorben. Dann kommt Lulu Fielder und gibt ihr die Ulti. Das ist natürlich auch echt bitter. Und Timo? Ja. Aber wir gehen mit der Diffen. Pschüss. Pschüss. Oh Gott, please shake my head. Pschüss. Und Johnny existiert auch nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Der zieht das durch, glaube ich. Das war's. Ah, ich hab auch die Filme fallen rein Ich muss mit mir jetzt auf dem Gamewatch halt Heroids machen Mal gucken, was ich krieg Tattoo Das gibt es doch nicht Boah, diese 1000 Schilde, ey, und sie schießt schon wieder den Q daneben Die Später ist nervig, wenn die Lulu dann irgendwann holt und einfach ein Lebenssafe damit Echt nervig, ey Echt nennen sie es magisch Echt nennen sie es magisch Ich nennen sie es gute Ame Dadurch, dass die Morgana oben war, konnte ich fast nicht fahren Ah, wir haben einen Top Tower gekriegt War eigentlich wert Ich will das Team, Tobi, ich will das Team Ich will das Team Ich will das Team Wieder mal Ich will das Team, ich will das Team, ich will das Teamlampe nicht mit mir sein, nicht mit mir ich chase läuft ich muss sagen die beiden spielen recht gut zusammen ich schätze mal die sind auf Cremate hier unten Morgana und Zed? ne Lulu und Kaiser ach so ja ok die können natürlich auch Cremate sein Garner by the way, he must be a boss ja ich kann jetzt kaufen gut pass auf von unten können wir kommen ich geh schon weg wieder ich muss weg gehen ich hab 3,5k ich geb auch den Toilers dürfen noch ne ich komm auch ah ne die gehen zum Organonset glaube ich wenn überhaupt ja die haben ja wieder nix ne der ist so gefieled auch noch BM da kommen die BMs raus der ist aber auch so gefieled ja ein paar Mittelgang nehmen, ich glaub das ja jetzt fällt keine Ahnung warum TimoBotzeit ist ne ich weiß es auch nicht Noch die Träger, die ich verflügt Mhm War sogar peinlich Fein, lass mich die zu kaufen Das zieht sich Hab den Jungler auch noch nicht einmal bei uns Irgendwo gesehen Ja, der war einmal im Jungle, sonst war der nur Top-Lander Der nennt Be-Mate wahrscheinlich Oh leil, die hat keine Chance Das ist voll tot Das Zion ist Mitte Hier noch die Skarner Rotland ist auch da Das war natürlich nicht so schlau vom Seil Doch, Mütze Ich kann auch auf Top-Side Und da ist Ari Der wird hier unten rauskommen Der kann nicht die zu uns holen Oh? Der hier geht Top-Land pushen Ja Ari geht zu laut aus Weg mit dem Weg mit dem Top-Land ist gepusht Der hat die Z2 immer verlieren Die hat ein schlechtes Timing Aber wenn sie gepusht haben Oh Die hat ein schlechtes Timing Die hat ein schlechtes Timing Wir sind es nicht Hier zwei Kräfte fallen Wie ist der Skarner? Ich weiß warum der Skarner weg ist Der geht auf Ari ist die Skarner Wir sollten uns hier verpissen mit ein paar guten Leute Schade wäre der hat gerade für ein Ziel gefokust Wie bitte? Für ein Ziel gerade gefokust wäre das viel geiler gewesen Aber gut Was sei denn jetzt Level 12 erst und vielleicht Level 15, okay What? Aber ich krieg den nicht Nein, ich bin in die Wand geflasht Ich bitte Ich Oh, ich wollte zu viel, aber da war Ari noch da Lass uns die Wunder bitte Zum Fortnite drücken Direkt direkt Ja, zurück Schade An So An 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 Ich hab Angst vor der Kaiser irgendwie, ich will die Kinder mal richtig stark aufpoppen Ja jetzt mal so viele Wards gecleared Cloud Trang eine halbe Minute ab Ne Move Wot Oder? Ne, ich muss mit dems hier rein Kann den... Ne, ist ein Cloud oder? Ja sag ich doch, in 10 Sekunden jetzt nur noch Wir stehen da ja auch fast Ich weiß nicht, ich glaub die könnte auch schon mega gezeltet sein Hier ist mega gezeltet Aber ich fang einfach mal knapp aus Oh Oh Bisschen Peeling Komm zu uns Läuft 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 Wollen wir barbellen machen? Ja, wir können das barbellen machen Zwei tot, einer davon ist der Jungler Wollen wir uns schon mal machen Tino ist unten in geförschtem Zeit Geh kein Zeit Tino ist unten in geförschtem Zeit Geh kein Zeit Läuft Oh, oder? Loll Oh, ne Schon wieder die Cockblock, Lulu, wa? Oh Aber ohne Scheiß, ey Wie Wie Kaiser auf den Sack kriegt Loll, die stirbt auch noch Echt traurig Da sieht man einfach wie balanced das alles ist Ey, ich seh immer wieder mal wie gut das Team ist Weiß Schau mal die Firma die Farm anfangen Wann zu leuten Alter, das ist wieder Was ein Game Puschen wir mal wieder mit, so Die Kammer hat nix zu kriegen, aber ja Die Portline kommt eh ran Oh, Loll, ich weiß nicht Ich hab, ich hab ein Item, was jetzt nicht brauchen Wichtig so an allen Oh, Loll Jetzt ist aus Oh, Loll Z ist auch nicht da Ja, ich weiß nicht Könnten die fliegen Ich würde das aber nicht throwen Das können wir schaffen das immer Loll 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 Zeit regelt einfach So, Z macht sich da Lüften Oh, dumm So, Z hin Äh Ich weiß nicht, ob die Ari dachte Das ist ein Move, Mann Aber Ne, ich glaub, die wollte den Seth Die hat gedacht, dass der Seth der den Übel ziehen macht Oh, nicht Das ist mich Oh Und dann geht das In der A KABOOM Den Tot gar nicht und feiert mich jetzt wieder alles gar nicht ich bin normal für den jungler eigentlich komm hol ihn dir Tiger oh läuft nice ich bin schön hochgegangen und den Top Tower mitgenommen, das war schon recht geil hier war Timo totes über die Base hingelaufen ja der macht schon echt viel Schaden ne, aber was bringt ihm der Schaden wenn er das nie ausspielen kann aber besser gesagt wie in diesem Game er einfach nicht gankt so ich will mir jetzt noch eben schnell in Infinity Edge und noch mal ein kleines Power Spiker und dann können wir das glaube ich beenden, wa? ja ja also ich könnte nicht lange werden glaube ich sogar, aber ja der Zett wollte noch mal ihm zeigen wie das so in der Base aussieht ne los, auf den Krebs hätte ich fast gesagt, auf den Skorpio nee ach come on ey ey oh lass kurz doch nicht 2 diamond hier nur damit ich den kill hier nicht kriege oder was Ja, ich kann ja keine gute KDR bekommen. Oh lol, das war noch nicht schlecht. Ja, ich würde gerne noch ein paar Leute holen für die KDR. Weißen, einfach. Wir wollen nicht. Oh, einen haben wir. Ja, nice. Schöne Runde. Mir kann ja nichts zu sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.